Einen wunderschönen guten Tag, liebe Seele. Lass gerne deinen Like, Kommentar und auch dein Abo da. Ich freue mich, wenn wir gemeinsam wachsen und genau deswegen, der geht direkt los. So, liebe Seele, da wollen wir doch mal sehen, was der Tag für dich bereithält. Und es geht los mit dem Engel des Stolzes. Der Engel des Stolzes ist an deiner Seite, wo auch immer du bist. Er ruft all deine Stationen im Leben auf und zeigt dir an, was du bis zum heutigen Tag geleistet hast. Erkenne deine Leistungen, gehe selbstbewusst, aber auch möglichst kritisch mit ihnen um. Selbstreflexionstag bedeutet Aufstiegstag und man sieht, dass heute sehr viel entlastet wird und sehr viel Schicksal geschrieben wird. Das ist nämlich eine Öffnung deiner positiven Seite. Das zeigt, du ziehst die Fülle jetzt mehr und mehr in dein Leben wieder. Und du bist auch bereit für einen positiven Wandel, weil du das Negative so ein bisschen durchschaut hast. Das ist fast wie eine Art der Demonstration für dich in deinem Weg, so eine Vogelperspektive einzunehmen. Ja, also wenn du dein Leben durchleuchtest und stolz auf deine Leistungen bist, siehst du natürlich auch, was du überstanden hast, was nicht so schön war, aber was dich im Hier und Jetzt nicht mehr aufhalten sollte. Und dieses Bewusstsein dafür heute zu bekommen, bedeutet gleichzeitig auch, diesen Situationen lebewohl zu sagen. Denn Abschluss ist Neuanfang und Neuanfang ist eine seelische Schicksalswendung. Das ist sehr, sehr schön und zeigt auch auf, dass viele Altlasten zwar noch da lagen in deinem System, aber diese Altlasten nach und nach gehen dürfen, in Form von Heilung, in Form von Loslösen der Gedanken, in Form von Gedankenfreiheit auch. Diese Positivität steigt nun in dir auf und zeigt, dass nicht nur die Entlastung und der Schicksalsweg heute für dich bereitsteht, sondern auch ein gewisser Schutz von alten Situationen, die nie wieder in eine Wiederholung gehen werden. Und das ist natürlich schön. So, du bist die Welt, der Bewusstseinssprung ist nahe. Lasse deine Seele dich führen. So, Bewusstseinssprung, ich habe ja schon gesagt, Aufstiegszeit. Wichtig beim Bewusstseinssprung ist natürlich jetzt zu definieren, und da brauchen wir jetzt die neuner Karten allgemein, was bringt dich in Leichtigkeit? Also wir müssen jetzt alles positiv wandeln. Was bringt dich in Leichtigkeit? Was macht dich glücklich? Welchen Prozess möchtest du beenden, um leicht und glücklich zu werden? Hier haben wir, was schützt dich? Was belastet dich? Welche Reise willst du antreten, dass das, was dich belastet, du dich davor schützen kannst? Und was manipuliert dich? Wo bist du noch zu verschlossen? Die Entscheidung soll heute in ein Feld gehen, wo du dich dafür öffnest, manipulierbare Wege zu verschließen. Das ist ganz wichtig, weil somit kommt die Entlastung in dein Leben, somit kannst du natürlich für dich auch viel mehr Fortschritt leben. Fortschritt in Form von Bewusstseinssprung jetzt und lasse deine Seele dich führen, ist einfach dem Bauchgefühl wieder wirklich zu vertrauen. Jetzt ist halt die Frage, du hast so oft so viele Meinungen zu so vielen Dingen gehört, wo du für die spätere Entscheidung gar nicht mehr wusstest, war das jetzt dein Bauchgefühl oder wurde dein Bauchgefühl so hintrainiert, dass du so denkst, dass es dein Bauchgefühl war? Und das gilt es heute in der Selbstreflexion auch zu durchleuchten. Wann war es wirklich dein Gefühl bei einer Entscheidung und wann war es so ein bisschen schon stark beeinflusst? Denn diese Beeinflussung hat dich von deinem wahren Weg weggebracht und daher solltest du immer in der Ruhe entscheiden können und nicht in der Hektik. Das Schöne an der ganzen Systematik ist, dass du einen großen Schritt nach vorne gehst, weil du verstehen wirst heute. Dir werden so einige Aha-Momente kommen und dieser Aha-Moment gibt dir natürlich dann auch wieder die Kraft, das Positive rauszuziehen. So, der Engel der Weisheit, sehr schön auch für den Aha-Moment. Ja, der Engel der Weisheit ist an deiner Seite, wo auch immer du bist. Er lässt dich erkennen, dass alles, was du erlebt hast, das Gute wie das Schlechte, seinen tiefen Sinn und seine eigene Bedeutung hat. Durch das Wissen und die Erfahrungen reifst du zu einer Persönlichkeit mit großer Ausstrahlung heran, die einen ganz besonderen und ganz eigenen Schatz besitzt. Das ist jetzt wichtig für dich in einer Form von nochmal Bestätigung dafür, dass die Reflexionsenergie heute einfach sehr, sehr hoch ist. Und das zum Start der Woche kann natürlich sehr kräftezehrend werden. Deswegen sollst du dir ja im Bewusstseinssprung schon sehr, sehr schnell bewusst werden, ob und wann und wie du handelst. Für dich selbst. Was dir deine Weisheit sagen möchte. Was in dir vorgeht, wenn du jetzt bereit bist, Dinge zu verändern. Wichtig für dich heute wird aber auch sein, dass du deiner Weisheit folgst, auch wenn es dir vielleicht wehtut. Vielleicht verletzt dich ein Mensch, der dir sehr, sehr wichtig ist und deine Weisheit sagt dir, du ziehst jetzt hier die Grenze vor der Manipulation. Du sagst so nicht mehr, jetzt verschließe ich mich vor dir. Und das könnte natürlich wehtun, weil das ist jemand, den du immer mit anderen Augen gesehen hast. Aber manchmal brauchst du diese Cuts, um wirklich voranzukommen, dass man nicht mit dir spielt, dass man nicht denkt, auf dir könnte man rumtreten oder man könnte dich handhaben, wie man will, sondern dass man dich ernst nimmt. Und diese Ernsthaftigkeit für dich selbst ins Leben zu rufen, ist ein Schöpferprozess von allerhöchstem Niveau. Und das darfst du dir auch gerne mal Gutes tun. Suche nicht nach deiner Berufung, du weißt, was dich erfüllt, das ist auch schön. Hier kommt nämlich die Weisheit gespiegelt dann auch in deine Berufung. Während du die ganze Zeit denkst, was könnte ich denn machen, was könnte ich denn verändern, hast du es eigentlich schon tief in dir. Vielleicht kommst du in eine von meinen drei Ausbildungen, kannst du gerne auf der Webseite vorbeischauen. Aber es geht nicht nur um die Ausbildungen an sich, es geht darum, dass du verstehst, dass Berufung nicht bedeutet, eine Million Euro im Monat zu verdienen, sondern dass du das tust, was dir Spaß macht und dass es dir nicht vorkommt wie Arbeit, ganz egal, was du dabei verdienst. Wenn du jetzt 20.000 Euro damit verdienst, ist schön und gut. Wenn du 2.000 Euro damit verdienst, ist schön und gut. Du musst dich damit einfach glücklich fühlen. Die Wichtigkeit der Berufung entspringt in deinem Seelenursprung. Und dann weißt du, was du dieser Welt mitzugeben hast. Und wenn du darauf aufbaust und ohne jeglichen Mangel des Finanzbewusstseins handelst, dann löst du dich auch von diesem manipulativen Gedankengang. Sehr, sehr schön. Und da kommt der Engel der Leichtigkeit. Sehr geil. Der Engel der Leichtigkeit ist an deiner Seite, wo auch immer du bist. Seine Anwesenheit wird dir Ausgelassenheit und Frohsinn schenken und dir den Mut zu neuen Taten und Gedanken geben. Öffne dich den Anregungen dieses Engels. So, die Leichtigkeit soll also in dein Leben kommen. Natürlich, sie ist gerne willkommen. Und das zeigt einfach, dass du dich abschottest von diesem manipulativen Gang. Es zeigt auch, dass du veränderst, weil du für deine Zukunft schon mehr Entscheidungskraft entwickeln willst. Und dass die Entlastung im Alltag vor allem von Arbeiten kommt, die man dir aufgelastet hat, ohne dass du dich dafür entschieden hast. Ja, sehr stark. Du bekommst Antworten auf deine offenen Fragen. Vertraue deinem Ruf. Und das heißt zum Beispiel, dass jetzt auch schon eine Antwort für dich gekommen ist. Vielleicht im ganzen Orakel 1, 2 nur. Man weiß es nicht. Aber dein Ruf hat dich zu diesem Video geführt. Und das bedeutet natürlich zeitgleich auch wieder, dass du einen großen Weg für dich gehst, um deine Seele sich austoben zu lassen. Und somit wünsche ich dir auf jeden Fall ganz, ganz viel Spaß an diesem Tag und hoffe, wir sehen uns morgen wieder. Also, wir sehen uns morgen wieder. s Marathon 3, 2, 3, 4, 3, 3, 5, 1, 2, 1, 2, 3, 3, 4, 1, 3, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 2, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 1, 2, 3, 2, 1, 3, 1.